Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Na und? Ist ja jetzt mal hoch und dann mal zack. Ja. Ich lande jetzt hoch. Ich bin und hier empfinde ich halt auch noch. Mach mal ne Rolle gleich. Bei sich jetzt los. Ja, ich werde auch noch ein bisschen mehr vertreforme. Ja. Du musst ja jetzt mit deiner Rolle kommen. Nein. Das ist einfach, Mann. Stell den einfach gerade. Hoch genug. Und dann machst du das hier am Simulator. Mit heute. Warum denn? Ist doch nicht schwer, Mann. Lass mir noch ein bisschen am Simulator liegen. Ich würde das erstmal am 450er ausprobieren. Dann müsste es eine Serie machen. Okay. Er ist noch ganz. Er ist noch ganz. Die sind immer schneller, ne? Ja. Das ist noch gut. Ja. Das ist einfach. Kuckuck. Ja. Ich guck mir die mal nachher auf dem Monitor an. Großen. Wo kann man die hier mischen? Bei RC Heli bin ich eigentlich regelmäßig unterwegs. Name? Thomas 21. Thomas 21. Thomas 21. Ja. Genau. Aber du bist gerne 21. Nee, nee. Du bist ein bisschen älter. Leider. Ja. Ja. Hier wäre ich gerne 21. Du bist hier mal hoch. Ja. Ja. Das hätte das mal gar nicht abgeführt. Nö. 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 Normaler schlagen die Blätter ja in die Anlinkung ein. Sonst hat nichts. Nö. 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 Na ja. Gottverdank keine Höhe. Nö. Genau. Ich sag ja. Wenn du guckst, der war ja auch relativ schnell aus. Hast du den ausgeschaltet sofort? Nee. Sofort nicht. Aber wir wollen mal gucken, was da los ist. Mal hätten sich die Blätter nur drehen müssen. Nö. Kann dir der Regler abbrauchen dabei. Ja. Aber ich glaube, du hattest Glück, der Stecker ist abgeflogen beim Crash. Kann auch. Nee. Nee. War ja noch Strom drauf. Ja? Mhm. Ja. 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 Zum Glück hab ich noch ein Lande gestellt zu Hause. Schön groß ist der Platz. Ja. 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 Vielen Dank.